Für Freiburg 2 läuft es nicht in dieser Saison. Gruß aus dem Tabellenkeller. Und jetzt kommt auch noch Zweitliga-Absteiger Sandhausen. Und der lauert auf Fehler der Freiburger, wie auf den hier. Elig, elig in die Beine von Ambrus. Der merzt seinen Fehler direkt wieder aus. Gut gelöst vom 19-Jährigen. Sandhausen ist hier von Beginn an das wachere Team. Gerade mal 7 Minuten gespielt. Und da ist Otto auf Mühling. Alexander Mühling setzt den Ball knapp neben das Tor. Aber wie leicht tanzen sich die Sandhäuser hier bitte durch den Freiburger Strafraum. Und apropos leicht. Das ist auch das Stichwort für diese Szene. Mühling auf Evina. Und da ist schon wieder Otto. Otto Sauter ist zur Stelle. Niklas Sauter, der Keeper, der erst am vergangenen Wochenende zurückgekehrt ist, ins Freiburger Tor. Ganz stark und mit richtig viel Präsenz. Sandhausen mit dem Pass in die Schnittstelle. Elig legt den Ball noch mal raus. Und in der Mitte wäre Hennings. Hennings ruven. 1 zu 0. Die Führung für den SV Sandhausen. Und die Frage, wie frei kann ein Stürmer eigentlich stehen? Rufen Hennings, ja. Ein Thema bei Freiburg 2, also die Ballsicherung. Die fehlt komplett Sandhausen. Mit dem schnellen Umschaltspiel und dem Ball auf David Otto. Sauter! Der hat die Ecke und sorgt dafür, dass die Sandhäuser hier nicht nach einer halben Stunde schon mit 2 zu 0 führen. Freiburg vielleicht mal nach einem Rundenball. Und das ist einer für Rütlin. Rinnen lenkt den Ball zur Seite ab. Und da steht kein Freiburger. Und dann ist Halbzeit. Und da schmeckt den Freiburger Fans die Wurst besser als das Ergebnis. Ein Leckerbissen ist die Partie nach dem Seitenwechsel übrigens erst mal nicht mehr. Torgefahr sieht so aus. Oder vielleicht ja so. Richard Mayer kommt beim SV Sandhausen. Und den haben sie in diesem Sommer aus Magdeburg geholt. Und er soll jetzt für Torgefahr sorgen. Freistoß Sandhausen. Und da ist Naver Mayer. Richard Mayer. Mit dem 2 zu 0. Schon sein 2. 2. Tor in dieser Saison. Nach gerade mal 2 Minuten auf dem Platz. Und Freiburg 2 stemmt sich gegen diese Niederlage. Al-Ghadoui gegen seinen Ex-Klub. Aber ohne Glück. Und jetzt ist Tempo drin in dieser Schlussphase. Auch bei Freiburg 2. Johansson. Johansson Pfosten. Richtig gute Möglichkeit. Aber das Aluminium hat was dagegen. Und Sandhausen hat Ruven Hennings. Der macht sich noch mal auf den Weg. Hennings zum 3 zu 0. Denkste. Der Freiburger Keeper. Der sieht Hennings auf sich zukommen. Und bleibt dann ganz lang stehen. Stark gemacht von Sauter. Der behält die Nerven. Anders als Teamkollege Mika Bauer. Der ist schon ausgewechselt. Hat aber die Werbebande weggekickt. Und sieht dafür die zweite gelbe. Und das ist gelb-rot. Bitter für Bauer. Und bitter ist dann auch die Niederlage. Denn dann ist Schluss. Freiburg 2 verliert mit 0 zu 2 gegen den SV Sandhausen. Und steckt weiter tief im Tabellenkeller der 3. Liga.